Joa, da sind wir auch wieder. Gut, wollen wir mal gucken. Das hat er nicht gemach... Oh, komm schon. Ach, Mann. Also hat er das nicht gespeichert. So, eine Fischgräte haben wir schon einmal. Das ist super. Gut, wollen wir mal weiter. So, jetzt versuche ich natürlich noch mal meinen Schienenbeutel aufzufüllen. Na, komm her. Ja, komm her. Ja, was ist denn hier? Ja, ich habe als gucke mein Speer in dein Gesicht. Ja, ist das nicht fein? Das hast du fein gemacht, ne? Na, komm her. Ja, was war da? Da war es zum Frechen? Joa. Da war es zum Spielen. Ein Speer in dein Gesicht. Ich kriege aber wenig Metallscherben. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil so eine Maschine müsste eigentlich ordentlich Metallscherben geben. Der kann mich sehen, aber da er mit Fressen beschäftigt ist. volle Kanne in die linke Arschbacke. Bäm. Das brauche ich später noch. Ja, das brauche ich. Ja, deswegen habe ich es eingesammelt, Mädchen. Das sollte jetzt nicht zum Spaß dienen. Also, für meinen Spaß schon, aber du wirst es brauchen. Hier habe ich schon mal ein Lagerfeuer entdeckt. Das ist schon mal gut. Drüben ist auch nochmal ein Lagerfeuer. Warum sind denn die Lagerfeuer jetzt auf einmal alle so nah? Ich gehe aber nochmal rüber, weil da noch ein paar Blümchen zu finden sind. Weil wir werden es wahrscheinlich brauchen. Das sieht schon echt geil aus. Kann ich einfach nur sagen, also optisch, grafisch ist das, ist vor allem die PC-Version eine sehr schöne Augenweide geworden. Mal erst mal wieder alles voll hier. Ich glaube, das Problem ist, ich muss halt an diesen Lümmeln vorbei. An diesen beiden. Ja, ich weiß, Waschbär und Fuchs und mir juckt es mit den Fingern im Speer, aber ich habe ja gesagt, ich, solange ich die nicht zwingend brauche, werde ich sie auch nicht jagen müssen. Warum auch? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wir können es ja von Bärchen ernähren. Und Grünzeug. Die Frage ist, kann ich mir hier so ein Sägezahn vielleicht ergattern? Kann ich den überhaupt schon überbrücken? Oder ich mache, versuche ihn zu killen. Es sind aber zwei, ne? Das wird nicht schön laufen. Och ne. Der kommt jetzt zu uns. Der zweite kommt auch zu uns. Aber wenn ich ihn auf meine Seite, wenn ich ihn auf meine Seite locke, dann müsste doch der den anderen so langsam... Dann bin ich, wie ich aus dem Achtung habe. Dann bin ich. Ich bin. Ich bin. Was ich? Du? 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 Das war's für heute. Das war... Ich sollte vielleicht keinen Nahkampf nehmen. Wenn ich's nicht zwingend brauch. Ja. Das war vielleicht eine dumme Idee. Aber eigentlich müsste ich dafür jetzt genug immer noch nicht genug Metallscherben. Was ist dann los? Das ist noch ein verderbtes Gebiet. Die geben halt auch gut XP, ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde... wäre das eine krasse Verschwendung. Lauf doch nicht weg! Was geht denn mit dir ab? Ich weiß zwar nicht, wohin der gelaufen ist, aber... Der hat doch einen Sockenschuss, oder? Ich weiß, es war nicht so... Ich weiß, es war nicht so, wie ich so. Aber ich weiß, es war nicht so, als wäre es... Ich weiß, es war nicht so... Ja, so nicht, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Wie, Stein. Oh ja, stimmt. Da war ja was. Damit noch irgendwo ein scheiß Vogel... Oh mein Gott, die Sonne. Einfach der Habber. Oh mein Gott. Ich glaub, Eis ist bei denen gar nicht schlecht. Super, ja wunderbar. Das lief besser als gedacht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hatte gedacht, ich hätte mehr verkackt, aber lief. Aber wir sind noch nicht über den Berg. Also da vorne wird es wahrscheinlich kritischer laufen. Wenn es da ordentlich Stress gibt. Ja, ist ja gut ganz. Und ja, hier ist jemand gut. Ich will zwar nichts sagen, aber ist jemand gut explodiert. Komm raus! Du Lümmel! Wie, keine Muni mehr. So haben wir aber nicht gewettet. Och ne, nicht schon wieder beide. Na, kommt mal her. Na, komm her. Bubi. Die Gugle. Anyway, es geht jetzt. Ich hab's nicht gegründet. Wie ist das? Oh, ey. Ne, ich bin schon wieder im Land. Ich bin jetzt nicht nur der Gugle. Ja, ber8. Überraschung. Und ich bin nicht nur der Gugle. Ich bin ja. Ich bin ja. Es geht jetzt. Ich bin ja. Oh, das war eine Buntelung. Und ich bin ja. Und ich bin ja. Ich weiß nicht, wer sich da jetzt noch mit einmischt, aber ich weiß nicht, wer sich da jetzt noch mit einmachricht. Oh, oh, oh. Er hat gesessen. Komm her, du kleiner Lümmel. Ja, will ich auch hoffen. Die sind jetzt nicht gerade in den Zuckerschlecken. Na, komm her. Komm, da müsst ihr doch gleich hinüber sein. Super. Das gab mal knapp. Alter Schwede, das gab mal ordentlich EP. Super. Jetzt will ich mal gucken, was das überhaupt gegeben hat. Das muss doch ordentlich... Jawohl, wir sind fertig. Super. Waffe modifiziert. Was haben wir dann hier? Handhabung, 55% Handhabung, Handhabung. Nee. Machtbogen. Ja, Feuer ist eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vier Fähigkeitspunkte. Ja, geil. Jawohl. Jetzt können wir Aua machen. Jetzt haben wir einen schönen One-Hitter. Läuft gut. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht auch mehr Sachen herstelle. Verschiedene Waffenarten und so ein Kram. Weil ich glaube, das hätte uns echt ein bisschen besser geholfen. Jetzt will ich mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Das wird dir nicht gefallen. Na ja, wir können hier zwei Pfeile auf einmal abschießen. Wenn wir ordentlich treffen... Dann wird das auch schön. Dann wird das auch schön. Ja, komm, wir machen den Schlund auf. Entblöße mir deinen Rachen. Ja. Ja. Also die Kämpfe machen Spaß. Das merkt man bestimmt, weil ich lasse so gut wie ich kann. Oh nein, armer Fuchs. Den hat es mitgenommen. So gut wie kein Kampf aus. Da hat es noch eine Forelle mitgenommen. Es war ein teurer Kampf. So ressourcenmäßig. Hat aber Spaß gemacht. Das sage ich ganz ehrlich. Joa, das ist ja das Wichtigste. Ich glaube aber mittlerweile sind wir relativ gut durch. So dass wir gar nicht mehr so viel brauchen. Die Frage ist jetzt halt nur, will ich mir vielleicht mal langsam ein neues Outfit kaufen? Weil ein grünes Outfit, während ich schon lila Waffen habe, wird dann doch ein bisschen interessant. Wenn ich überhaupt genug Metallscherben habe. Ja, 209 wird nicht viel laufen. Hier sind noch ein paar Schnappmäuler. Da kann ich mir noch ein paar EP krallen. Aber ich will auch mal weitermachen. Ich will nicht hier ständig überall mit Kämpfen ver... Ähm, wie heißt es? Mit Kämpfen verbringen. Obwohl sie wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß machen. Ja gut, Panzerwanderer, ne? Das ist klar. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Das lief sehr gut. Ich hoffe nur... Ja, der Behälter ist nicht kaputt gegangen. Das gefällt mir. Da ist nämlich los. Ganz viel Stuff drin, okay? Der Draht hat mir gut geholfen. Also ich bin mit dem Doppelschuss zufrieden. Ich bin mal auf den Trippelschuss gespannt. Dafür brauche ich drei Fähigkeiten, ne? Genau. Drücke beim Zählen RB, weil, äh, um bei allen Bogenwaffen bist du drei Pfeile... Oh, das wird übel. Da kann ich mir, wenn ich... Da kann man nur schwer hindurchschießen. Oder wenn du es gut machst... Du musst eine Sache bedenken, ey, Leute. Was dein Nachteil ist, ist auch der Nachteil von Feinden. Oh, shit. Ich will zwar nichts sagen, aber... Alter Schwede. Komm, kleine Säge. Zahnbrennen weg. Ich glaube, ich sollte echt die Schwächen der Maschinen ausnutzen. Das läuft eigentlich ganz gut. Dann kriege ich nicht so viel auf die Fresse. Obwohl ich es provoziert habe, okay? Also es ist nicht so, als hätte ich es nicht provoziert, ja? Ah, ich habe da schon zwei. Ich könnte mir hier natürlich eine Reitmaschine... Krallen. Warte mal. Ah, das sind Stürmer. Dass ich den richtig treffe... Dann müsste der eigentlich schnell kaputt gehen. Ich muss hier nochmal zum Langhals. Ich habe hier keine Karteninformationen. Das kommt mir gelegen. Das stimmt. Unser Medizinbeutel sagt so langsam... Aua, bohaua. Hallo, Gans. Drehe nicht hier so rum. Verrät es doch meine Position. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht doch den schnell machen soll. Muss ich nur gucken. Warte mal. Wenn hier ein Gebirge ist... Hier könnte ich durch. Dann wäre es aber hier besser. Gucke ich mal. Ne, ich hole mir jetzt die Karteninformationen von dem Langhals. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, es gibt einen Langhals, den man so... Nicht einfach überbrücken kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und dann machen wir mal weiter. Hier hat sich also eine Herde... Na ja, Lanzenhörner. Die gehen noch. Die kriegt man mit ein bisschen Intelligenz durch. Ne, ich muss nach links. Aber warum sind die schon... Aber warum sind die denn schon angegriffen? Das wundert mich halt. Warum war die schon angekratzt? Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Nein! Nicht hier! Oh nein! Komm runter, du Lümmel! Ich mag fliegende Gegner generell nicht. Oh nein, ich bitte. Entfer Moschen ist es so anche wichtig. Oh nein, nein, ich muss nach Platz 400. Gut. Diese hab ich denn, ne? Ah, die haben es mit Banditenschärken geprügelt. Feine Sache. Du bist am Ende. 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 Du hast tot zu sein, du Lümmel. Ich glaub, es geht los. Diese Grau hab ich denn, ne? Die sind schon... ...ne Nummer für sich. Gibt's hier noch ein paar? Gibt's nur noch ein Lanzenhorn, ne? Generell. Da könnte ich mal gucken. Entdeckt. ... ... Fuck! Die geben halt keine Drähte Das ist für mich ein bisschen unpraktisch Um ehrlich zu sein Dementsprechend muss ich gucken Dass ich mit dem Jagdbogen klarkomme Oh doch Die geben Drähte Das ist vielleicht Gar nicht mal so verkehrt Wenn ich die vielleicht doch mitnehme Diese Nackenhorn zu überprüfen ist kein Problem Oh 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 Ja, es läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es könnte auch besser laufen. Vielleicht, wenn ich es mal ordentlich machen würde. Und ich einfach wie so ein Bekloppter einfach überall reinrennen würde und mich von allem ablenken lassen würde. Breitkopf. Machen wir es mal so. Wir brauchen Ressourcen. Na komm mal her, Bubi. Ah, so ist fein. Ja, der nächste. Ja, was ist das? Ja, wo ist denn das? Ne, was ist das? Oh nein, was ist denn das? Ist das interessanter? Ja, komm hier. Ja, komm hier. Komm her, komm. Ja. Shh, 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 shh. Mami will nur spielen. So, hier kann ich mich noch mal verstecken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Drähte droppen. Doch. Okay. Ich muss mir mal merken, wer war so... Alter, wie geil sieht der Mond einfach nur in dem Schatten und dem Nebel aus. Muss mir mal Dingsbums machen. Herrlich. Noch ein Signal. Ja, ich weiß, ey, Leute. Deswegen sind wir auch da hingegangen. Lagerfeuer entdeckt. Ich glaube, das ist der, den wir nicht überbrücken können. Oder nicht einfach so. Gut, dann hat sich das leider geklärt erstmal. Aber ich muss da sowieso durch. Das Signal muss ganz nah sein. So, der ist schon mal still. Spring auf den Rücken des Langhalses. Ja, das ist schön und gut. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Da habe ich kein freies Schussfeld. Hier ist noch ein Zugang. Ja, ich bin ja dabei. Ich würde sagen, die machen Aua, boah, haua. Die warten ein bisschen, bis sie an sich vorzusehen. Also, die wissen auf jeden Fall, dass hier was los ist. Die wissen aber nicht, was los ist. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Weil so kann ich mich... So kann ich mich so ein bisschen in Ruhe umgucken und ungesehen ein nach dem anderen wegbratzeln. Gesundheitstrang ist auch nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie komme ich denn jetzt da hoch? Weil da scheint es ja noch was zu geben. Kann ich vielleicht hier hoch, weil das ist irgendwie gelb, aber... Nee, doch nicht. Okay. Muss ich gucken, dass ich anders da hochkomme. Ich muss da irgendwie hoch. Da muss es irgendwie auch hoch gehen. Vielleicht von dort drüben. Ist schon unfair, dass ich hier mit dem Fokus rumeier. Aber das ist mir bei den Knödeln hier so egal. Ich dürfe mich nur nicht sehen. Da ist noch ein Verderber. Der hätte mich fast erwischt. Der sollte dich auch erwischen. Fuck. Fuck. Also der Scharfschussbogen ist ein echter Lebensretter. Ich will doch nur hier hoch. Mehr will ich doch gar nicht. Ich könnte natürlich gucken, dass ich die Knarren hier nehme. Ich fahre weiter die Augen auf, nein. Tschüss. Ja, aber ich bin hier noch nicht so weit, dass ich sagen würde, machen wir das, Eloi. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier noch ein paar Lümmel rumgammeln. Ich habe mich natürlich sofort gesehen, ne? Was müsste ich auf den Landeinschrank? Ich weiß, wenn ich Wehne angegriffen habe, aber nicht mich. Gut, der Rest ist egal. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf rufen. Ja. Normaler Weg zur Arbeit. Kein Problem. So, dann holen wir uns mal die Informationen. Super. 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 Wunderbar. Ja, die Karte füllt sich. Weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, aber Gut. Wir müssen hier lang. Begib dich nach Scheuerfeld, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie Grenzgebiet... Nee, das passt schon. Das passt schon. USW 19. Gut, ich konnte mich hier super durchschleichen. Das ist wunderbar. Das Schöne ist, für die Upgrades brauche ich jetzt auch nichts mehr. Da sind wir jetzt gut durch. Fähigkeit... Oh, ja. Hm, hm. Mama, like that. So, jetzt kann ich mich nämlich um Waffen und Outfits kümmern. Keine Ahnung, was das Zischen gewesen ist. Das hat sich so unnatürlich angehört. Aber wer weiß das schon. Hab ich hier ein Lagerfeuer entdeckt? Ich würd sagen, wir speichern mal, weil der Part ist lang genug. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.